ja servus leute und herzlich willkommen auf unserer heimischen baustelle heute könnt ihr zugucken wie mein dad und ich riehgipsplatten auf die decke spaxen bzw die ganze decke erst mal isolieren mit styropor das ganze eingebettet in einer holzlatten konstruktion und das dann schön verkleidet mit normalen standard die gipsplatten ja und das ist unser kleiner baustellenhelfer und zwar mein kleiner scheißer ja das findet er auch gut nicht wahr ja um wieder zurück zur baustelle zu kommen genau ja wie machen wir denn das wir haben wir seht beispielsweise jetzt hier in der mitte da wurde stromkabel das ist lichtkabel führt haben wir so ein 15 x 15 cm brett ausgeschnitten und das fest gespaxt für eventuelle beleuchtung dir dann drauf schrauben könnt ja das sind die holzlatten die wir verwendet haben das sind jetzt imprägnierte warum imprägniert naja die nimmt man eigentlich für einen feuchtraum her aber wir haben die gekauft für normales zimmer da die sogar günstiger waren als die nicht imprägnierten holzlacken ja und deswegen haben wir die einfach hoch gespaxt da ist mein dad und wir haben diese decken stützen also diese t stützen haben wir ebenfalls selbst gebastelt ja auch mit einer raumhöhe von 240 meine ich müssten die latten sein knappe 240 x 50 cm breite wir haben die schrauben also erstmal die holzlatten mit dem vorgebohrt mit dem kegel senker nach bearbeitet wie ihr seht ja mein dad hat kreuzschrauben verwendet ich hätte lieber torx gehabt aber naja er wollte unbedingt sein altbestand an schrauben loswerden deswegen haben wir die kreuzschrauben verwendet ja ja genau und hier seht ihr wir haben circa drei bis fünf zentimeter luft gelassen am äußeren rand und nur schmales styropor sprich schmale streifen reingeheftet da wir platz gelassen haben für die elektro stromkabel installation die außenrum zu verlegen wäre und die könnte dann schön außenrum verlegen die stromkabel dazu haben wir es halt zumindest gemacht und ja ich denke mal das ergebnis das ergebnis haben wir noch keins aber so die konstruktion bisher glaube ich kann sich doch sehen lassen jo daddy fleißig am bohren und regipsplatte weiß nicht ob er schon sowas kennt ja keine ahnung was ich jetzt mit der kamera gemacht habe ja okay genau für die regipsplatten haben wir spezielle regips schrauben verwendet die sind schwarz wie ihr seht die sollte die eigentlich auch verwenden da diese nicht rosten denn wenn ihr die regipsplatten hochspackst mit normalen standard schrauben die jetzt nicht unbedingt verzinkt sind da kommt der ganze rost durch die deckenfarbe wandfarbe wenn ihr die benutzt kommt die durch und dann habt ihr hässliche scheiß flecken arbeit ist gewesen sprich unsere böcke papa spackst immer noch fleißig das liebt ja naja ihr seht die t t stützen die halten ja wunderbar standard holzlatte mit meine 24 mm stärke und 48 breite so sind übrigens auch unsere decken konstruktion hier ist etwas interessantes für euch also ein tipp von uns wir haben uns beispielsweise hier abstands keile selbst geschnitten dieser hat jetzt eine länge von knapp 50 cm und die passt dann exakt zwischen latte und nächste latte ja das sieht man nicht schlecht von hier aber die passt wie gesagt hier rein das ist natürlich super oder spart unheimlich viel zeit indem er einfach nur die hallo baustellenhelfer bist du wieder da ja da muss ich natürlich davon überzeugen ob wir auch richtig arbeiten sind ja und hier tut mein vater die ringgipsplatte nachbearbeitet diese schrauben ziehen nicht die platten automatisch mit hoch deswegen etwas nacharbeit ist ratsam vorsichtig mit so einem holzkerl wie mein dad das schon gemacht hat einfach die platte ein bisschen nachklopfen und dann könnte die auch schön festspachsen ja so im großen und ganzen war es ist eigentlich auch schon das ist die ganze kunst was vielleicht noch ratsam wäre also wie ihr seht wir haben die die ringgipsplatten versetzt verlegt also sprich wir haben an einer seite angefangen und dann haben wir hier wie ihr seht da freigelassen und tun jetzt einfach versetzt in die kontra richtung weiterlegen das hat den grund dass es nichts zu eventueller überlastung einer latte kommt und dass das dann hier eventuell sich was verzieht oder was heißt gesagt gut kontra gewicht also eine platte fangen wir an und gleich lassen wir sprich die eine stelle frei und fangen versetzt einfach nur wieder rückwärts an also von vorwärts nach rückwärts rückwärts vorwärts was rede ich so viel sie jetzt ja selber jetzt kommen unsere die stützen zum einsatz ja ich habe den vorteil wie man sieht ich bin etwas größer als der papa naja war der größe kommt von denen aber auf dem bau ist natürlich ein vorteil wenn man etwas größer ist so papa wo ist die nächste stütze hier danke das tun schon langsam die arme weh wunderbar so haben wir das jetzt eingekeilt die jetzt genau sieht ja wir haben zum beispiel auch noch eine zweite einen zweiten keil uns gebastelt und zwar mit 55 cm warum dieses maß das bestimmt das jeweilige stoßmaß von einer reggipsplatte zur nächsten weil wir immer nur die reggipsplatten am rande bis zur hälfte der holzlatte befestigen sehr logisch weil sonst würde ja eine platte runterhängen und die andere wäre festgeschraubt also sprich von holz latte zu latte also innenmaß haben wir 50 cm und von reggipsplatte zur reggipsplatte benutzen wir ein ja selbst gebastelten keile mit ja 55 cm wo so am rande ist ein kleiner tipp da geht es halt schneller und praktischer mit der jeweiligen montage ja wir diskutieren jetzt heiß papa erklärt mir noch mal alles doch das muss ich im lasten der hat wirklich drauf genau so ich halte jetzt mit einer holzlatte etwas dagegen genau so papa richtet jetzt nun aus jetzt haben wir wieder versetzt angefangen wie ihr seht das ganz ganz hinten rechts ist ja frei dann gleich daneben haben wir die andere latte platte die andere platte aufgespackst und so haben jetzt wieder auf der anderen seite also contra wieder angefangen mit der nächsten platte so mein vater hat hier ein loch in die reggipsplatte gebohrt ihr werdet gleich sehen wo da führt jetzt gleich das stromkabel durch also er führt jetzt gerade eben ein ja wo haben wir es ja wo ist denn das kabel kommst du guck guck genau hier ist das stromkabel für unsere decken leuchte unten drunter habt ihr ja unsere selbst gebastelte spammplatte mit 15 x 15 cm länge und breite gesehen da wird einfach dann jeweilige decken leuchte festgeschraubt weil die reggipsplattelein die trägt ja kein gewicht Jo wieder eingekeilt darauf achten dass sauber die reggipsplatten aufeinander also aneinander anstoßen damit ich dann möglichst keine luft und dass die flucht möglichst gleich läuft seht ihr da ist der keil jetzt drinnen das ist jetzt der keil mit 55 zentimeter gewesen das ist der band war schneide ganz rauh seht ihr gleich wieder ja genau hier das ist der keil seht ihr da haben wir das gute stück wie gesagt 55 zentimeter länge von rieh gipsplatte zu rieh gipsplatte ah da ist papas schmuckstück der hilti das thema ist der drehmoment verstellung ja die darf niemand in die hand nehmen weil da wird er zum betrachter das ist ein spurtstück das thema ist ja so sieht das ganze bis jetzt aus was vielleicht noch wichtig wäre ihr habt ja das knarren gehört der hilti es muss jetzt nicht hilti sein es soll jetzt auch keine schleichwerbung für irgendwelche hersteller sein ihr könnt ja was das ist dann so ein bisschen gefühlssache da müsst ihr schauen mit wieviel newtonmeter ihr die schraubt das ist dann so ein bisschen gefühlssache da müsst ihr schauen mit wieviel newtonmeter ihr die schraubt versenkt so sieht das ganze aus da ist wieder der abstandskeil ich zeige es hier gleich nochmal 55 zentimeter stoßmaß jo leute das war's ich hoffe es hat euch etwas helfen können wenn ihr bessere ideen habt oder mehr wisst wir sind offen für verbesserungsvorschläge ansonsten wünschen wir gutes gelingen und viel spaß bye bye